5 kurze Blondinenwitze Teil 8 1. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einem Trampolin? Bevor man das Trampolin benutzt, sollte man unbedingt die Schuhe ausziehen. 2. Woran merkt man bei einem Fax, dass es von einer Blondine verschickt worden ist? An der Briefmarke oben rechts. 3. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einer Flasche Mineralwasser? Mineralwasser enthält keine künstlichen Farbzusätze. 4. Was sind zwei Blondinen, die Ohr an Ohr stehen? Ein Windkanal 5. Warum fällt es Blondinen so schwer, die Ziffer 111 zu schreiben? Sie wissen nicht, welche 1 sie zuerst schreiben sollen. Wenn euch das Video gefallen hat, den Daumen hoch klicken und den YouTube-Kanal abonnieren. Dankeschön!